Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Runde von OnePBloodnyBlood. Ich bin ein guter Sachsi und wir haben in der letzten Folge die Spezial-Steckbriefe gemacht. Aber in 30 Minuten habe ich euch gezeigt wie man kämpft, aber kämpft nicht, wahrscheinlich sind viel mehr Leute, welche viel besser kämpfen um diese Herausforderung ohne zu treffen schaffen hoffe ich oder ja ok ohne zu treffen ist es schon zart der Nuss, aber die schaffen mit einem versucht fertig zu machen. Mit Engel war eigentlich cool, mit dem Krokodil Smoker, weil die war schon bei den Rauchen, mit dem Krokodil war ein bisschen problematisch, so wie bei den Kaini, der Kaini war auch problematisch. Aber heute machen wir weiter mit den anderen Steckbriefen, da haben wir, da haben wir, da wir haben, yo, ab Steckbriefen, 5. Steckbriefen, Roda Piratentraining. So Roda, 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 was haben wir, ich habe vorletzte Folge, nach, sagen so, nach vorletzter Folge habe ich den Blackbeard gekauft. Moment mal, Entschuldigung, aber ich mache mit, weil, deine Augen, Augen, Augenchen, sagen wir so, Augenchen, das kaufe ich jetzt alle Charakter, oh, haben wir genug, so der Krokodil und der Henkoko, oh ja, ich habe verbunden, also hier, Unterstützer fällt uns sehr, sehr viele Leute, wir haben nicht genug Geld, Moment, ich kann schon mal Unterstützer, ich will einer nach der anderen kaufen, Aldiva, ne, Unterstützer sind billiger, aber dafür auch nicht so billig und, diesen, ne, okay, machen wir jetzt ein Spezialbrief von Lola, ne, nicht Lola von, Dada, 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 was für ein Name, also 15 Steckbrief, habe ich so, so, jetzt schon genug gequasselt, dass sie solle, jetzt werde ich mehr wahrscheinlich kämpfen, so, wer nehmen wir diesmal, ich versuche, wer könnte sagen, das wird schwer, das, was ich habe vor, aber ich will mit dem Blackbeard, äh, nicht Blackbeard, oh, Whitebeard, weil ich sie manchmal vertausche, Whitebeard und Blackbeard, diese alle drei besiegen, schauen wir, schauen wir mal, ob wir schaffen, aber ich schaffe, ich glaube weniger, ah, neue Kampfansagen, Ohhhh Ohhhh Also, schenkt sich WTF war das denn? Ja, eigentlich so einfach ist es auch nicht mit Whitebeard zu kämpfen Hm Ohhhh Und das war das Ohhhh Und das war das Gehen weiter No problemo Passt Super, geil Ohhhh 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 Haben wir aber Aufstieg bekommen, im nächsten Ne, ne ne, ne, Ranggottstücken machen wir erstmal, wenn wir haben das bestanden, warte, 5.000, so, den, ja, raffi, akai, no, es, uh ¿Wen Wem nehmen wir? Esu Akainu Schläfer Hahaha So Wenn wir Schläfer, ich werde gerne den, äh, den, wie heißt der? Der... Gab nehmen Für Schläfer Aber leider ist nicht dabei, wie ich sehe, oder? Wie ich mich gut erinnern kann, nein Dann muss der theoretische Raffi nehmen Ah, das ist die alte Raffi Vielleicht nehmen wir die Raffi, oder wenn noch? Bisschen langen Schläfer, aber ich will nicht, dass sie sich wiederholen Deswegen nehme ich, glaube ich, noch Raffi Nein, 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 Perona auch nicht Nein Machen wir so Deo Raffi nur Insel Neuer Angriff im zweiten Gang Hmm dann dallau schaff das Alter Hauuuck! Alter Hauuuck! Nicht schlecht, aber... Alter Hauuuck! Alter Hauuuck! Alter Hauuuck! Ken war scheiße knab, aber leider hat... Alter Hauuuck! Nein, 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 nein! er hat kind benutzt ja schon für ja ich werde so viel verraschen ich werde so viel verraschen na ist schon besser gegangen und legst du weg noch den eis typ haben wir noch nicht ich habe das scheiße ey das kann nicht sein ich habe eh so fast besiegt nein ich muss fucking blöden fehler machen ich werde so viel verraten 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 ja ich werde so viel verraten Und weg ist er, endlich weitergegangen, ey Kaino muss ich jetzt kennen. Na ja, wollte ich einen speziellen Angriff machen, aber ja, das hat auch gereicht. Ich finde, erstmal alle Charakter-Kain lernen, wie in die Kämpfen. Aha, aha, aha. Best Level 1. Hä? Wo ist Blackbeard? Erste Level 2. Ok. Schon. So, gut. Ah, die 2 noch, ok. Na gut, gehen wir weiter. Na ja. Nächste Runde. Schatzkarte wurde er geübt. So eine Scheiße. So. Magischertfall. 30. Ähm, ja. Schon wieder, oder? Jo, passt. Zeit. Warte mal. Smoker. Smoker. Dragon. Okay. Da muss ich schon wieder mit dem Ruffy. Und dann. Nimm den Puma. Noch jemand? Töne durchschluss. Machen wir so. Zwei Gigants. Zwei Gigants. Zwei Gigants. Komm. Zapf. Jeb. Det hast du, oder? Ich mich noch nicht. Das ist hier. Allень Stur. Das war's für heute. Oh, Victor! Es ist kein Schluss! Ich werde es endlich enden! Es ist noch nicht! Es ist noch nicht! Es ist noch nicht! Selber schuld? Wieso hatte er angegriffen? So! Nein, weiter! Nein, weiter! Jetzt geht's! Ich habe nichts gemacht! Nur Abwehr gemacht! Kizaru! Du bist spitze! Ich weiß! So, nächste Runde... Ne, passt nicht! So, Leute! Ich werde sagen, das war's! Und wir sehen natürlich nächstes Mal! Bis nächsten! Tschüssi, ciao! Seid cool! Seid gesund! Und zeug nicht zu viel! Ciao!